Stachzeichen Absprung ist 1, 2, viertel vor 3, 3. Lauf. Jetzt nicht unten ist. Okay, ich seh's. Ziemlich genau, 70, 80 Grad. Also los, auf geht's. Könnt ihr mit dem Kompass was lesen? Oder auf dem Kompass belegen? Ja, ja. Wenn ihr nicht seht, könnt ihr es nicht mehr schätzen. Sieht gut aus. Wandern auf der rechten Straßenseite. Perfekt. Langsam vorgehen, langsam. Nicht zu schnell. Langsam. Okay, Position halten. Ja, deswegen gibt's auch ein Finger. Irgendwelche weiteren Kontakte? Motorrad, zu. Näher. Okay. Jo, es geht fort zu unseren Kontaktmann. Und schaut, ob du irgendwelche Informationen kriegst. Der Rest fällt Position. Okay. Wir sollen Defense Positions aufnehmen. Okay. Ocht wird angegriffen. Ocht wird angegriffen, richtig. Ihr seht, denkt dran, oben rechts, immer noch auf dem Hügel, ist noch eine Stellung mit Feinden. Jo ist und wen hatten wir rechts noch auf der Seite? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Jo ist und Multiculti. Ihr zwei geht hoch Richtung diese Stellung. Burns, du gehst ebenfalls mit. Und... Sorry, sorry. Burns, ihr drei Mann geht hoch zu der Stellung und hebelt die Stellung aus. Halst uns doch oben die Position und versucht vielleicht, wenn möglich, aus dieser Richtung den Gegenangriff ab. Moment mal. Kulti, siehst du die zwei Gesellen? Da ist noch ein Bunker. Kulti, du bist ja hier bei mir. Petsi, 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 Petsi. Feindlichen Fieger auf der Kreuzung. Gebt ihr mir da oben am Rügel bitte durch, wenn ihr das Ding zerstört habt. Ah, okay. Okay, komm runter. Hallo, kann mich jemand hören? Ja. Ja, wir können dich hören. Du bist sehr weit weg. Ja, ich bin gerade erst von Rügel und Rügel nahe. Wir haben jetzt mit dem Rügel zum Laufen gekriegt. Wir rügel nahe. Ja, wunderbar. Verstanden, Ende. Wir sind im Moment noch in Nagara. Ja, versuch so schnell wie möglich hierhin aufzuschließen. Verstanden? Wunderbar. Ja. Feuer halten. Feuer halten, nicht Feuer halten. Ja, ich schau nochmal nach. Das ist ja das Schlimme, weil wir bei der AMA-KI anfangen zu schieben, dann hast du alles gegen dich. Ja. Feuer halten. Also, in der AMA-KI anfangen, wo ich gerade schaue. 610. Diep. Wir sind eine Gruppe. Wir versuchen uns rundum zu decken. Beim Vorgehen, so weit wir halten, rundum decken. Ja, verstanden. Alles safe. Nach hinten. Okay, weiter nach zu gucken. Hulti, los. Hulti, los. Erstmal abchecken, wo wir überall Feinde haben. Nachsichtskaräte finde ich irgendwie viel zu hell jetzt gerade. Wir haben auf 50 Grad, haben wir eine ganze Gruppe Infanterie mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Mann. Aber mein Kompass glüht voll, ich kann kaum was sehen. Ja, mein auch. Dann schmeißen wir weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mann. Oh Gott, genau an den Stromlasten. Copy, Xenon, copy. Da kommt ein Fahrzeug. Waffen. Ein 7 Mann. Oh, bleibt das den Scheinwerfern raus? Hulti, klar. Hm, ist aber keiner an der Waffe dran. Ist nur ein Fahrer. Ne, ich lasse ihn fahren. Problem, was wir jetzt haben, ist, wir haben absolut, ich glaube, außer einem einzigen, ich glaube, der Kutt ist der einzige, der SD-Waffen hat. Schicht. Wenn wir Feuerwerfen haben. Hier ist CJ, ich habe auch eine. Sehr schön, also zwei Mann. Wenn möglich, wenn wir wenige Feindkontakte haben vor uns, versuchen wir, dass nur die beiden nicht schießen, die anderen, wenn möglich, nicht schießen, sondern einstellen und die zwei schießen lassen. Solange die zwei schießen, haben wir vielleicht die Chance, nicht durch den Resten zu fahren. Wir rücken weiter zur Anstelle fort. Na, verstanden. Ich habe kein Funkgerät mehr dabei gehabt. Ich habe noch eins. Wo lasst ihr denn, an eure Funkgerätes? Fallen die euch aus der Hosentasche oder was? Das ist mein Letztes jetzt für Reserve. Oh, danke schön. Da läuft eine Gruppe vorne. Kommt, glaube ich, auf uns zu. Seht ihr sie? Ja, ich sehe sie. Aber es ist schlecht. Keine Sicht draußen. Ich habe mir den Finger an der Tür eingeklemmt. Brauchen Sand. Ich halte immer schön nach hinten irgendwie. Leck. Perfekt. Nehmt den Finger und den Mund. Ich bin doch schon wieder da. Oh, kann ich versehen. Ach so was. Ja, ich bin schon weiter an den. Okay, die, die jetzt auf der anderen Straßenseite sind, links, die bleiben auch da. Wir rücken jetzt Richtung weiter Ort vor. Äh, in Ort vor. Der Rest auf der rechten Seite bleibt auch da. Los geht's. Alles klar. Kein Thema. Sammelpunkt auf der Map eingezeichnet. Ähm, Umzäunung. Ziemlich mittig Ort. Geht an alle, die im Moment keinen Feindkontakt haben. Sammelpunkt erstmal wieder hier zurückziehen und mal sammeln und formieren. Kleiner Adler an Burns, bitte kommen. Er ist aus der Funkreichweite. Was gibt's denn? Oh, doch nicht. Ja, hier, kleiner Adler. Wir haben hier gerade eine ganz wichtige Entdeckung gemacht und bräuchten unbedingt und ganz dringend ihre Anwesenheit. Kommen. Ich bin hier dafür, eine andere Mission zu machen, mit der sie hier stinken tut. Ja, wir haben hier den Heiligen Kral gefunden und wollten gerne, dass sie uns, äh, machen an der Mission. Ist mir egal, ich spring jetzt ab. Gerade, dass wir keinen MG hier haben. Oh, guck mal, da vorne sind Haie. Oh, da muss ich mal draufbleiben. Dö, 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 dö. Ich spring jetzt ab, du Weichei. Ich brenne sie erstmal, ja. Ja, voll. Jetzt schwimm mal ein bisschen von Rot, ey. Ich bin den Hubschrauber gleich schön runtergegeben, ey. Nein, nein, der Pilot achtet schon. Schleig ein. Noch tiefer können wir was nicht. Wir wollen nicht. Oh, ho, ho, ho. Okay, wo hin? Okay, ein Hauler. Rückflug zum Carrier. Flugrichtung... Prima! ...280.